Willkommen zu einer weiteren Einheit dieses Kapitels über die Grundlagen der Statistik in Excel. Dieses Mal mit einer Einheit zur Schiefe und zur Kutosis. Um die beiden Sachen zu berechnen, haben wir zwei Implementierungen in Excel gegeben. Die erste für die Schiefe lässt sich dabei noch relativ einfach skalieren. Das heißt, wenn wir einfach hingehen, wir haben hier schon mal einen vorbereiteten Datensatz, und hier Schiefe eingeben, sehen wir, dass uns zwei Befehle angezeigt werden. Da haben wir einmal etwas, was nur Schiefe heißt und einmal Schiefe Punkt P. Jetzt können wir uns schon daraus schließen, wenn wir uns daran erinnern, wie es bei der Varianz und der Standardabweichung war. Punkt P bezieht sich immer auf die theoretische Schiefe, also die unkorrigierte. Wir hatten sonst immer Punkt N bzw. Punkt S. Jetzt haben wir hier nichts. Das heißt, diese normale Schiefe-Funktion, das ist bereits die korrigierte Fassung. Das heißt, wenn wir die korrigierte berechnen wollen, nehmen wir nur Schiefe. Wenn wir die theoretische berechnen wollen, die unkorrigierte, nehmen wir Schiefe Punkt P. Hier gehen wir jetzt mal hin, rechnen die normale aus. Dann kriegen wir hier einen Wert von 0,3824. Das heißt, dieser Wert ist positiv. Damit können wir jetzt entscheiden, ob die Verteilung rechts oder links schief ist. Soweit zur Schiefe. Für die Kultosis könnte man jetzt die Idee bekommen, auch einfach mal das Ganze einzugeben. Dann sehen wir hier auch schon, an der Stelle zeigt er uns eine Funktion an, Kurt, und schreibt dazu auch, gibt die Kultosis in Klammern Exzess einer Datengruppe zurück. Und das ist gerade das kleine Problem an dieser Implementierung. Was wir hier haben, ist nämlich der Exzess. Er rechnet nicht die Kultosis aus, sondern er rechnet die Kultosis bezogen auf den Wert 3 aus, also bezogen auf die Kultosis einer Normalverteilung und berechnet dann die Abweichung von der 3. Das als erster Kommentar. Der zweite Kommentar. Wir sehen hier auch nur, dass wir eine Funktion haben und nicht wieder bei der Schiefe zwei Stück, eine korrigierte und eine unkorrigierte. Das heißt, das, was er mit dieser Funktion Kurt berechnet, ist in Wirklichkeit die korrigierte Kultosis, beziehungsweise hier der korrigierte Exzess. Mit dem Kommentar im Hintergrund können wir das hierfür auch machen. Das heißt, wenn wir es hier ausführen, sehen wir, wir haben einen negativen Wert. Negativ jetzt in Bezug auf den Vergleich mit der 3. Das heißt, wir haben hier eine Kultosis, die unterhalb der 3 liegt. Also wahrscheinlich in dem Bereich 2,13 und so weiter. Ja, und das wäre es dann auch schon für diese kurze Einheit zum Thema Schiefe und Kultosis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil finden Sie über die entsprechende zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.